Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Ultrasonne in der Naslog-Challenge. Und Leute, wir hatten es schon sehr, sehr häufig, viel zu häufig in dieser Naslog, dass unser gesamtes Team zerfetzt wurde. Das ist jetzt schon wieder einige Parts her, aber ich habe ein ganz, ganz hübles Gefühl, was diese neue Prüfung angeht, die uns heute sehr wahrscheinlich bevorstehen wird. Und zwar wird es gegen Donarion gehen. Und ja, wir haben irgendwie nicht so krass viel Zeug in der Hinterhand dagegen. Ich meine, fast jedes unserer Pokémon kann irgendwie Feuerschlag oder so, aber ich weiß nicht. So richtig gut resisten können wir den Angriff von dem Ding nicht, zumal es alles Mögliche kann. Es kann wahrscheinlich spezielle Attacken wie Donnerblitz, Käfergebrum oder sowas vielleicht schon, ich weiß es nicht. Oder es hat eben auch noch viele physische Attacken wie Akrobatik oder sowas. Und wenn es kein Item trägt, ist Akrobatik fucking stark, auch von einem Donarion, das eher speziell offensiv ist. Und dadurch hat unser neues Team doch ein bisschen Probleme. Ich glaube, ich musste sogar ein bisschen trainieren, oder? Weil wir zwei Pokémon sogar verloren haben, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ist bei mir schon wieder ein, zwei Tage her. Aber ich glaube, ich habe trainiert. Deswegen gehen wir hier ganz kurz nochmal durch. Wir haben Machumai halt zum einen mit dabei, ne? Da hat sich nicht so krass viel dran geändert, glaube ich. Hatten wir Machumai und so schon? Ich weiß es alles gar nicht, Alter. Ja, ich glaube aber schon, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich Bufti erstmal gut geklont, weil wir haben mein Maschok, oder beziehungsweise das Machumai, also ich musste ja das Maschok wegtauschen, haben Machumai zurückbekommen. Und während ich das zurückbekommen habe, ist einfach der DS abgestürzt. Also nicht bei mir, sondern bei einem anderen wahrscheinlich. Oder es waren die Nintendo-Server oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er denn das Machumai noch, also Bufti. Und ich hatte Bufti auch. Von daher haben wir das komplett geklont gehabt irgendwie, was sehr, sehr strange war. Ja, die Attacken müsstet ihr aber soweit eigentlich kennen. Ich glaube, da ist nichts Neues mit dazugekommen. Dann haben wir Bärchen noch mit dabei mit der Kraftreserve Eis, Psychokinese, Spukball und dem Gigasaur. Momentan den Expertenboot tragend. Ja, hier unser Tukanon mit Kehrtwerte, Bohr, Schnabel, Ruhr und Nitro-Ladung. Dann haben wir Kyoko mit Laubklinge, Synthese, Blütenwirbel und Blutsauger. Ich glaube, das hat sich ja zuletzt jetzt im letzten Part noch entwickelt, gerade so. Ähm, die Werte sind okay. Die Verteidigungswerte sind auf jeden Fall akzeptabel mittlerweile. Ähm, trägt die Wundersaat hier. Dann haben wir Dominik mit dabei mit dem Evolid, was sich noch nicht entwickelt hat. Und ihr seht es vielleicht an den Werten. Die KP sind in Ordnung, der Angriff ist okay, aber die Verteidigungswerte sind eher mäßig. Mit dem Evolid werden sie okay. Auch nicht wirklich gut, aber okay. Ja, und dann haben wir noch Anneliese mit dabei. Und Anneliese könnte tatsächlich relativ nice sein, allerdings auch sehr langsam. Also wir haben ein ziemlich, ziemlich langsames Team, mit Ausnahme von Bärchen. Deswegen, wenn Donarion, ähm, wieder einen Init-Boost bekommt, dann könnte das sehr, sehr schwierig werden auf lange Sicht. Aber wir müssen mal gucken. Ähm, das große Ding, was ich überlege, ist halt, ob ich Bufti die Überreste geben möchte. Oder ob ich Bufti eventuell lieber den Zett-Kristall geben möchte. Ähm, da bin ich mir halt nicht sicher. Das Ding ist, mit dem, also mit Zett-Feuer könnten wir halt einen sehr starken Feuerschlag raushauen. Dings ist da halt die Frage, wird das reichen? Oder protected das Ding sich irgendwie? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber einen Zett-Kristall sollten wir schon mitnehmen. Ähm, ich wollte mal ganz kurz noch vergleichen mit Anneliese. Ob Anneliese sich vielleicht sogar besser eignet. Hat mehr KP, glaub ich. Ne, hat weniger KP und schlechtere Verteidigungswerte. Deutlich schlechtere Verteidigungswerte. In der speziellen Seite sogar. Und Angriff ist auch schwächer. Hat dafür allerdings die Eisenfaust. Aber ich denke mal, wir werden mit Machumai leaden. Und ich glaube, ich werde Machumai den Zett-Feuerkristall geben. Weil, ich glaube, das bringt uns mehr als die Überreste. Ich glaube, Donarion bringt uns eh über 50%. Ähm, wenn nicht, ist natürlich doof. Aber ich will da, glaub ich, einmal richtig raufhauen mit dem Pyrium Zett. Und dann, vielleicht reicht das ja schon. Es ist immerhin ein Zett-Feuerschlag von einem Machumai. Das muss so ein Herrscher-Pokémon erstmal tanken können. Aber okay, vielleicht geht's ja noch gar nicht direkt in die Prüfung. Sondern es steht uns erstmal noch was anderes bevor. Das werden wir am besten dann jetzt gleich mal herausfinden. Indem wir da zu Marlon gehen. Ähm, oder erstmal mit den Leuten hier sprechen. Der Gipfel des Hokolani-Berges ist der dem Weltall zweitnächste Ort in ganz Alola. Selbst im Weltall gibt es Pokémon. Ja, die gibt es. Hier gibt's doch locker einen Herrscher-Sticker. Ich wusste es. Nein, 47. Wir können immer noch zum Professor gehen, ne? Und was gibt's hier? Oh, guck mal, hier ist ein Dings. Ah, hier kommt man sogar rum. Nice. Äh, ein Level-Ball. Ähm, okay. Was macht der Level-Ball denn? Habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung von. Oh, was machen sie denn hier? Hm, hallo und guten Tag. Alola. Es gibt hier ein Pokémon namens Metheno, das wie eine Sternschnoppe vom Himmel fällt. Der Kern von Metheno kann übrigens auf unterschiedliche Arten leuchten. Und meine Regionalform scheint es sich dabei nicht zu handeln. Spannend ist es dennoch. Oh, das ist übrigens für dich. Mondball. Okay, jetzt bekomme ich ja alle möglichen Bälle, ne? Versuche deinen Pokédex zu vervollständigen. Das wird Rotom auch sehr freuen. Ähm, okay. Wie er jetzt plötzlich wieder überall auftaucht. Ich glaube, das war schon damals so in so einem Mond. Ähm, aber ja. Und hier ist Kukui. Mit dem haben wir ja, glaube ich, schon gesprochen. Von daher gibt's nicht mehr so viele Leute, mit denen wir sprechen können. Danke, dass du den Poké-Bus nimmst. Achso, nee, ich möchte nicht zurückfahren. Ich wusste gar nicht, dass man auch von hier fahren kann. Das ist natürlich interessant. Ja, ich glaube, dann müssen wir zu Marlon gehen. Was anderes bleibt uns gar nicht mehr übrig. Dann, ähm, sprechen wir mal mit dir. Guten Tag. Ach, Kukui ist auch direkt dabei. Na, altes Haus? Oh, der große Maschoyal persönlich beerdet uns mit deinem Besuch. Flo, ähm, das ist Marlon. Er ist der Leiter der Sternwarte und der Verwalter der PC-Boxen. Aber wohlgemerkt, kein Captain. Hm, hm, der fantastische Maschoyal hat gesprochen. Es kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht. Meine Tage als Captain liegen inzwischen hinter mir. Hehe, du bist Floß, stimmt's? Äh, danke, dass du den weiten Weg bis hierher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen, aktualisiert den Festivalplaza, aber auf Empfehlung von Maschoyal findet er bestimmt einen Moment Zeit für dich. Hm, ich glaube, er ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselwanderschaft waren. Und noch etwas. Warum nennst du mich ständig Maschoyal? Sehe ich diesem extrem erfolgreichen und bildhübschen Profi-Restler denn so ähnlich? Also dann, ich gehe zurück nach Malia City zum Ziergarten. Tali ist inzwischen sicher schon fertig damit, Malasadas zu essen. Ich werde ihn herbringen. Und du lässt dir in der Zwischenzeit die Sache durch den Kopf gehen, um die ich dich gebeten habe, okay? Hm, es ist schön zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Äh, hier Flo, ein kleines Andenken an unser Treffen. Metallium Z. Einfach mal mit euch hergeworfen. Sieh genau hin. Die Muskeln stahlhart angespannt und am Ende ein kräftiger Hieb nach vorn. So setzt du die Z-Kraft vom Typ Stahl frei. Der Z-Kristall stammt von früher, als Kukui und ich auf Inselwanderschaft gingen, um gemeinsam mit unseren Pokémon stärker zu werden. Ich hoffe, er wird nun auch dir von Nutzen sein. Also dann, schau dich in aller Ruhe in unserer Sternwarte um. Chris findest du im Labor hinten, wenn du bereit für seine Prüfung bist. Ja, ich denke, da sind wir mehr oder weniger, ne? Ich bin schon gespannt, was für eine Prüfung uns auf der Hokulani-Sternwarte erwartet. Bzzz, bzzz, bzzz. Das bin ich auch, mehr oder weniger. Ich erinnere mich ehrlich gesagt kaum noch daran. In der Hokulani-Sternwarte beobachten wir mithilfe von Pokémon wie Tugendamaru und Akub die Sterne. Tugge! So, meine lieben Akub, es wird Zeit, dass ihr was zu fressen bekommt. Agak! Okay. Was ist das da für fliegendes Ding? Das ist kein Pokémon. Ach, Magnetilo! Ach so, na hi! Magnetilo! Wir nutzen bei der Betrachtung und Erforschung von Himmelskörpern neben der Infrarotstrahlung unter anderem auch Radiowellen. Coole Sache, Alter. Das ist ja richtig fett. Hier, das ideale Geschenk, um deinen Besucher der Sternwarte in bester Erinnerung zu behalten. Ein Kometstück, das ist mega viel Geld wert, glaube ich, oder? Dieses Stück löste sich von einem Kometen, als dieser an unserem Planeten vorbeiflog. Eine bedeutsame Begegnung mit dem Weltall. Davon träumt doch jeder Wissenschaftler. Kupp! Der Ruf von Akub ist mega nice. Und 48 Herrschersticker. Kann man hier irgendwas drauf erkennen? Nee. Kann man scheinbar nicht. Hört euch nochmal Akubs Ruf an. Voll die Ziehharmonika. Wie war das noch gleich? Ich hab's total vergessen. Wenn ein Stern zehnmal heller ist, als ein Stern fünfter Magnitude... Wie viel Magnitude hat er? Keine Ahnung, Alter. 50? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil 10 mal 5 wird ein bisschen zu easy sein. Ich sag 0,5. Keine Ahnung. Na nun, wer bist denn du denn? Verzeihung, ich dachte, du wärst einer meiner Forscherkollegen. Tut mir leid, dass ich dir so eine komplizierte Frage gestellt habe. Hier eine kleine Entschädigung. Also es ist vollkommen egal, was man antwortet, scheinbar. Okay. Danke für den Sternenstaub. Ein astronomisches Teleskop ist im Grunde nichts anderes als eine Digitalkamera. Nur viel größer und besser als das, was man so für den Heimgebrauch hat. Man blickt auch längst nicht mehr durch ein Teleskop wie früher, um den Nachthimmel zu betrachten. Vielmehr macht man Fotos des Weltalls, um es zu erforschen. Mhm. Die Broschüre der Hokulani-Sternwarte enthält diesen Monat die Kolumne Sterne und Pokémon. Unter der Vielzahl an Pokémon gibt es auch jene, die mit den Sternen in Verbindung stehen. Wir möchten euch hier einige davon vorstellen. Morbites. Anhand der Sternenkonstellationen kann es die Zukunft voraussagen. Es weiß sogar, wie alt sein Trainer werden wird. Pi. Unerklärlicherweise sieht man diese Pokémon in Nächten mit vielen Sternenstücken besonders oft. Okay, ist hier noch mal was anderes? Ne, Morbites nur wieder, okay. Schade. Aber immer wieder interessant, so ein paar Verbindungen innerhalb der Pokémon-Welt zu finden. Okay, ich denke, wir durchschreiten mal diese Tür. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt hier noch mehr angucken können oder ob wir allmählich, aber sicher, einem bestimmten Kandidaten weniger kommen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Herrscher-Sticker. 49 haben wir, okay. Hat sich hier schon mal gelohnt. Hier kann man noch weiter durchgehen und hier steht noch ein Forscher. Marlon und Chris sind richtig dicke Freunde. Sie spielen immer zusammen Videospiele bis in die frühen Morgenstunden. Es ist wirklich bewundernswert, dass sie es dann noch schaffen, ihre Arbeit zu erlegen. Wie machen sie das nur? Mensch, Mensch. Oh, das sieht nach dem Herrscher-Ding aus, ne? Ich denke schon. Okay, dann gucken wir uns erstmal noch mal ganz kurz hier diesen Raum an. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Krasses abzu... Oh, warte mal, du bist schon hier? Oh. Chris an Kontrollzentrale. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug. Vermuteter Auftreffpunkt die Prüfungsstätte. Kontakt in 5, 4, 3, 2, 1. Hi. Sag mal, wo sind die Jakob? Ähm, sie werden gerade gefüttert. Äh, sie fressen gerade. Ja, sie sind ganz schön vielfraße. Die Jakob sollen mir helfen. Kannst du sie bitte holen gehen? Äh, ich bereite in der Zwischenzeit alles für die Prüfung vor. Da das der allererste Test ist, lasse ich mir lieber auch von Togedemaro helfen. Du würdest mir sehr helfen, wenn du für mich à la Akub zusammentrommeln könntest. Ähm, okay. Die Jakob waren alle beim Eingang besitzt. Dann holen wir sie mal ab. Bss, 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 bss. Ja, erstmal hole ich mir den Herrscher-Sticker hier, Alter. 50 Stück. Oh, nice. Professor Heinrich Eich ruft an. Hallo, E-Beams. Heinrich Eich. Sieht so aus, als hättest du ein paar Herrscher-Sticker gesammelt. Du solltest mal am Kanter-Strand vorbeischauen. Jetzt kriegen wir da schon Aranestro und Knogger wahrscheinlich, ne? Da liegt ein geheimnisvoller Meteorit, der aus dem Weltall herabgestürzt ist. Okay. Ah, hat das was mit Deoxys oder so zu tun? Keine Ahnung. Weil der halt so penetrant arg angedrückt werden möchte. Bist du ja, da kommt halt dieses A-Symbol. Das ist, kommt sonst nicht. Uh, Pokémon-Gedichte. Volle Settkraft voraus. Mit einem Luftkuss sende ich sie dir zu. Denn das Ziel meiner Liebe, das bist du. Wie eine Zett-Attacke wird sie dich erreichen. Versuch es gar nicht, ihr auszuweichen. Weder durch Schutzschild noch Scanner kannst du ihr ganz entkommen. Ihr werden dadurch nur drei Viertel ihrer Stärke genommen. Doch halt ein, eine Sache bleibt dabei ungeklärt, was den drei Vierteln meiner Liebe widerfährt. Ähm, okay, Bro. Interessante Literatur. Wir gehen mal raus und holen die Jakob vielleicht mal. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich bereit bin für die Prüfung. Ich kann es halt echt nicht abschätzen. Aber wir probieren es, wir probieren es. Wir haben ja noch super viele Pokémon in der Hinterhand, nicht wahr? Oh, hallo. Schau mal, wie satt und zufrieden Jakob nach ihrem üppigen Mal aussehen. Ich habe leider Mal und Stimme vergessen. Fuck it. Ah. Hm. Hm. Aber Moment mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es sollten noch neun sein. Ah. Wärst du so gut für mich, nach den restlichen drei Jakob zu suchen, Flo? Sie müssten sich noch auf der Brachfläche vor der Haltestelle aufhalten und genüsslich vor sich hin mampfen. Ähm. Vor der Haltestelle. What? Ähm. Suchen wir die restlichen Jakob. Hoffentlich sind sie schon fertig mit Essen. B-b-b-b-b-b- Sind die jetzt da drin oder wo sind die? Warte mal, habe ich hier irgendwie ein Symbol, das mir angezeigt wird? Äh, ja. Hier oben weiterhin. Okay. Ähm. Ich habe nicht, leider nicht ganz mitbekommen, was ich gerade vorgelesen habe. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in der Schule vorlesen müsst und dann nichts checkt, was ihr da vorgelesen habt. Ähm. Irgendwas mit Haltestelle war das. Sind die denn hier drin noch? Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn auch einfach nochmal ansprechen können, ne? Aber ich meine hier auch noch ein paar Kups gesehen zu haben. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Es sieht aber nicht so aus, als wären die hier. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz hier hinten. Und wenn die dann hier nicht sind, dann quatschen wir mal und nochmal an. Haltestelle? Sind die ganz unten denn da? Also oder ist mit Haltestelle das gemeint, wo der Bus gerade jetzt parkt? Das hätte ich nicht als Haltestelle identifiziert, aber okay. Nochmal ganz kurz anfragen. Wärst du so gut? Sie müssten sich noch auf der Brachfläche vor der Haltestelle aufhalten und genüsslich vor sich hin machen. Die Brachfläche? Ach ja! Hör die sich ja zum ersten Mal. Die ist neu, oder? Ah, guck mal. Man sieht sie scheinbar nicht, sondern kann jetzt hier untersuchen. Hier scheint sich ein Pokémon vergraben zu haben. Ah, okay. Akup. Hi. Na du? Du hast eins von Marlons Akup aufgespürt. Interessant. Achso, du bist schon fertig gesucht, ne? Hier ist auch ein Pokémon. Okay, was macht das für einen genauen Sinn, dass ich dich suche? Ich finde das relativ cool, dass man so mit den Pokémon in ihren Lebensräumen und mit ihrer Art und Weise ein bisschen interagieren kann. Aber den Sinn hier hinter sich noch nicht so. Sieht so aus, als hätte sich hier jemand genüsslich den Bauch vollgeschlagen. Okay, das war jetzt meine Mission, ja? Hm. In Ordnung. Und? Hast du die fehlenden Akup gefunden, Flo? Jetzt fehlt nur noch Siebak. Den Racker zieht es aber auch immer an die seltsamsten Orte. Hm. Warum siehst du mich so verwirrt an? Achso, äh, Siebak. Wir rufen unsere Akup hier bei ihrem Spitznamen und zwar von Ein-Arg bis Neun-Arg. Ähm. Äh, wo könnte er nur sein? Hm. Wo kann er nur sein? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ja, schwierig, ne? Das jetzt aufzulösen. Wenn man nicht hinguckt, dann ist das wahrscheinlich sogar wirklich nicht so easy. Komm ich hier durch? Ähm. Sir, können Sie mir Siebak geben? Danke, dass du den Koko bei... Nein. Okay. Ich glaube, ich traut sich nicht, Siebak anzufassen. Dann komm ich doch hier hinten wahrscheinlich durch, oder? Ich sehe nichts. Ist hier noch irgendwas Krasses versteckt? Scheinbar nicht. Na, Siebak? Wie geht's dir? Akup! Ah, Siebak! Da bist du ja, du kleiner Racker. Danke für deine Hilfe, Flo. Dann nichts wie zurück zur Sternwarte. Chris wird vor lauter Ausschau... Äh, wird... Was? Wird vor lauter Ausschau halten, nach dir sicher schon einen Hals wie ein Koko bei haben. Alter, das war ein komplizierter Satz. Holy. Wow, Flo. Achso. Wow. Jetzt habe ich auch Chris' Stimme vergessen. Na, super. Du hast das Akup echt schnell zusammengetrommelt. In dem Raum findet die Prüfung statt. Okay. Dann, ähm... Ab in die Prüfung, oder? Ich deaktiviere das Sicherheitssystem. Okay. Alle krabbeln da rein. Das finde ich ganz cool und angenehm. Und Tokenomaru. In Ordnung. Bssst. Alle Akup wieder da. Was für eine sonderbare Prüfung. Bssst, bssst. Ja, könnte sehr interessant jetzt werden. Aber okay, Leute. Wir sind mehr oder weniger bereit. Auf geht's. Wäre sehr gut, wenn wir Pampros noch hätten. Aber naja. Ob die jetzt einfach alle Donarion direkt rufen? Ein Akk, Zwei Akk und Drei Akk sind auf dem Verschiebomat. Sie sind bereit, ihren Strom mit uns zu teilen, Chris. Tokenomaru und unsere Akk verstehen sich sehr gut. Falls die Akk zu viel Elektrizität erzeugen, absorbiert Tokenomaru sie mit seiner Fähigkeit. Äh, Blitzfänger. Und verhindert so einen Kurzfluss. Tokenomaru trägt übrigens den Spitznamen Tokenomaru. Wow. Cool. Krass. Äh, willst du mit meiner Prüfung anfangen, Flo? Äh, ich kann's eigentlich noch lang genug abwerten, aber ich glaube, so langsam wird's mal Zeit. Der Part geht schon eine ganze Weile. Ich kann's kaum erwarten. Wow, da ist aber jemand hochmotiviert. Okay, dann erkläre ich dir jetzt die Prüfung. Zuerst musst du alle Akk auf dem Verschiebomat miteinander verbinden. Mit dem Strom, den uns die Akk abgeben, betreiben wir eine Maschine, die dann ein Hertha-Pokémon herbeiruft. Um die Akk miteinander zu verbinden, musst du die vier Köpfe an den Ecken des Verschiebomats drücken, um die Felder rotieren zu lassen. In der Praxis sieht das dann so aus. Über die Ausrichtung der Akkub musst du dir keine Gedanken machen. Hauptsache, sie sind miteinander verbunden. Ähm, kurz gesagt, verbinde bitte die Akkub miteinander, rufe das Hertha-Pokémon herbei und besiege es. Übrigens ist es das erste Mal, dass wir den Verschiebomat und den Herrschomat einsetzen. Also dann, mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Die Prüfung beginnt. Okay, auf geht's. Endlich mal wieder Prüfungszeit. Bzzzz. Viel Erfolg, Meister. Mit den Knöpfen am Verschiebomat bringen wir die Akkub also in eine Reihe. Bzzzz. 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 Und zwar muss ich jetzt hier drehen, dann ist das da und dann drehe ich hier einmal und tada. Das war's. Okay, dann falten wir den Hertha-Pokémon mal ein. Human Centipede. Der Strom, der Strom, der miteinander, mit der, pff, pff, pff. Der Strom, der miteinander verbunden in der Kopf fließt durch die Kabel. Perfekt. Der Hertha-Mat wird wie erhofft mit Strom versorgt. Okay, jetzt, jetzt müsste das herbeigerufene Hertha-Pokémon eigentlich auftauchen. Eurek! Es scheint noch nicht das Hertha-Pokémon zu sein. Okay, dann ist es wie damals, glaube ich, dass erstmal ein paar andere Pokémon auftreten. Ich hoffe wirklich, wirklich, wirklich sehr, dass wir jetzt hier ohne Schaden bei rumkommen. Ich meine, es ist nur ein Elegat auf 29. Ich glaube, das können wir outspeeden. Ich glaube, das können wir one-shotten. Wenn wir eine Paralyse bekommen, wäre es gar nicht mal das Allerschlechteste, weil sich dann noch Adrenalin auf uns ausüben würde. Von daher, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Von daher, es ist schneller. Nein! Oh Mann! Damn it! Okay, das heißt, wir verlieren schon mal wichtige KP. Und ich glaube, es wird noch ein Pokémon kommen. Und das wird uns abermals ein bisschen ins Gesicht treten. Level 35 für uns. Okay, das ist gut. Trotzdem hätte ich, glaube ich, lieber volle KP. Aber wir haben jetzt auch noch nicht so viel verloren. Dennoch ungeil. Aber okay. Elikid lieben Elektrizität eben auch. Der Herrscher-Marz muss es angelockt haben. Es war zwar nicht das Pokémon, das wir wollten, aber der Herrscher-Marz scheint zu funktionieren. Äh, was machen wir jetzt, Chris? Hm. Ich denke, eine einzige Reihe Akku erzeugt nicht genug Strom. Wenn das so ist, müssen wir die zweite Verhaltung auch noch nutzen. So, wenn ich richtig liege, sollten wir so mehr Strom an den Herrscher-Marz schicken können. Äh, Flo, meine Prüfung geht weiter. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nochmal das Rätsel machen. Ähm, wie maken wir das jetzt am besten? Dieses Mal erkenne ich das System noch nicht so ganz. Ich drücke einfach mal irgendwas. Ähm, und jetzt so, ne? Ja, stimmt. Jetzt einfach zweimal hier drauf. Okay. Aber irgendwas drücken, Leute, das wird euch schon des Rätsels Lösung offenbaren. Okay, dann zeichnen wir den Herrscher-Marz mal ein. Ich glaube immer noch nicht, dass Donarion kommen wird. Wobei das jetzt schon ganz gut passen würde, weil symmetrisch und so. Und da sind, ja stimmt, das ist eigentlich schon die maximale Stromladung. Kann schon sein, dass es jetzt kommt. Wäre sehr gut, weil noch mehr Schaden will ich eigentlich nicht fressen. Das sieht gut aus. Der Herrscher-Marz wird mit Strom versorgt. Ja voll, diesmal steckt viel mehr Energie drin. Oh nein, nicht Electric. Wenn Elekid schon uns outspeedelt hat, outspeedelt uns Electric auch. Und das Ding ist leider, ich weiß nicht, ob wir das One-Shotten können. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf die Z-Attacke gehen. Bitte gehen nur auf, keine Ahnung, Rufenschlag oder so. Wir könnten natürlich auch wechseln, ne? Haben wir denn irgendwie eine Switch-Option? Kyoko vielleicht. Kyoko wäre okay, aber Kyoko, ja, Kyoko gegen Donarion ist eh nicht so krass gut, ne? Ja komm, ich will Bufdi jetzt nicht noch mehr andamagen lassen. Wir gehen auf Kyoko raus. Vor allem kann sich Kyoko mit Synthese nochmal gegenheilen. Gegen Elektek sollte das hoffentlich funktionieren. Okay, Lichtschild, in Ordnung. Aber wir hätten einfach angreifen können, damn it. Vor allem mit Durchbruch hätten wir, weiß ich nicht, ob wir noch mehr Schaden gemacht hätten, wir hätten auf jeden Fall das Lichtschild erstmal zu stört. Okay, ich gehe mal auf eine Laubklinge erst einmal. Es kommt wieder Lichtschild. What the fuck? Was ist mit diesem Elektik los? Da war das Elektik gefährlicher. Wow! One-Shot und jetzt kriegen wir die Statik. Okay. Ha, das ist nicht so geil auf Kyoko, aber okay, ein bisschen angeschlagen in die Prüfung gehen muss man wahrscheinlich, Weil die ja eh noch nicht schwer genug ist. Wahrscheinlich ruft Donarion jetzt eine Elevoltik noch nebenher. Kann ich mir gut vorstellen. Ha, diesmal also ein Elektik. Achso, diesmal also ein Elektik. Anscheinend tauchen immer größere Pokémon auf. Je mehr Strom wir dem Herrscher Mart liefern. Echt toll, Chris. Wir müssen ihn mit noch mehr Strom versorgen, dann klappt es auch bestimmt mit dem Herrscher-Pokémon. Wenn wir alle Akku direkt miteinander verbinden, können wir länger Strom liefern. Mhm. Das heißt, Ich hab's. Und du weißt bestimmt auch, was zu tun ist, Flo. Meine Prüfung wird fortgesetzt. Äh, ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Dann einmal so und zweimal hier wieder draufdrücken. Oh, nicht? Huch, ich dachte, ich muss das jetzt so verbinden miteinander. Ähm, dann vermutlich doch anders. Dann so senkrecht wieder nebeneinander. Ach, Ach so, diagonal soll ich. Ja gut, deswegen sind die so schräg. Das hätte ich mir auch eigentlich denken können. Okay, alles klar. Alles klar. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist hier nicht so gut. Du musst nochmal ganz kurz weg und du musst erst nach hier oben. So, jetzt kriegen wir es hin. Nice, okay. Jetzt haben wir ein Z. Oh nein, wie Z-Kraft. Oh nein. Oh nein. Toll gemacht, Flo. Du hast alle Akku miteinander verbunden. Jetzt müsste es eigentlich reichen. Okay, dann halten wir den Herr zum Art mal ein. Ob das gut geht? Die Kabel sehen ein bisschen lose aus. Oh nein, Jakob, werden die volle Ladung abbekommen. Togedemaru! Togedemaru! Was sagt man dazu? Es beschützt die Akku. Togedemaru kann mit seiner Elektrizität Blitzfänger... Äh, was? Togedemaru kann mit seiner Fähigkeit Blitzfänger-Elektrizität absorbieren. Aber es ist viel zu viel. Das kann es gar nicht alles in seinen Elektrotaschen aufnehmen. Oh, Togedemaru! Togedemaru! Äh, 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 ich muss irgendwas tun! Hä? Uh-oh. Uh-oh. Togedemaru! Togedemaru! Es ist nicht Donarion, sondern Togedemaru. Das dachte ich mir ab dem Zeitpunkt... Ich dachte aber tatsächlich, dass das kleine Togedemaru jetzt zum Herrscher-Kokémon werden würde, weil es zu viel Elektrizität hat. Und steigert so seine Verteidigung stark. Oh no! Und das Ding kann wahrscheinlich Schutz stacheln oder so. Boah, okay, gegen ein riesiges Togedemaru. Aber der Angriffswert ist normal. Das heißt, so krass viel Schaden sollte das eigentlich nicht machen. Und wenn ich jetzt erstmal direkt auf einen Feuerschlag drücke, also auf einen Z-Feuerschlag, sollte das doch hoffentlich guten Schaden machen. Sprungfeder! Halt's ab! Echt, passt es! Jedes fucking Herrscher-Pokémon hat irgendwas gegen die Z-Attacke. Ja, gut, das geht dann wahrscheinlich daneben. Danke für die coole Animation und wehrt die Attacke ab. Nice! Okay, es kommt also eine Sprungfeder. Eine Flugattacke, die wir... Wow. Wow, Flug können wir halt einfach gar nicht abwehren. Aber Bufti wird das überleben, oder? Das ist nur eine Sprungfeder von einem Togedemaru, das keinen Angriffsboost hat. Na, jetzt hätte ich doch gerne die Überreste drauf gehabt. Gerade gegen Sprungfeder. Ähm... Okay, was machen wir da jetzt? Bleiben wir drin? Bufti könnte noch sehr wichtig werden. Aber wir können jetzt auch einen Schlag landen, theoretisch. Das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, ich bleibe mit Bufti drin, oder? Ich glaube, ja. Und dann haue ich einen Durchbruch drauf, aber das bringt halt nicht so krass viel. Hau ich lieber einen Felsgrab drauf, um die Inne zu senken? Wäre eine Möglichkeit, oder? Ist zwar nicht so effektiv und wird gar nichts machen an Damage, aber vielleicht ist das schon mal gar nicht so schlecht. Weil, machen wir wirklich viel Schaden? Ich bezweifle es ein bisschen. Ja, oder wir brauchen einen Durchbruch rein. Das dürfte halt immer noch die Hälfte machen, oder? Trotz Verteidigungs-Push. Und der Sprungfeder kann uns nicht besiegen, oder? Könnte uns sogar parern. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Weil die jetzt schon wechseln. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ja, das überleben wir locker. 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 Easy. So, Durchbruch kommt. Ja, die Hälfte macht es nicht, aber es macht Schaden. So, und jetzt kommt natürlich Mitstreiter Nummer 1 rein. Wird es ein kleines Togel-Maru sein erstmal? Ne, die Den. Ah, das kann Feen attacken sogar. Das ist auch mistig. Feen attacken ist natürlich ganz schlecht. So, jetzt haben wir es mit zwei Elektro-Pokémon zu tun. Ähm, ja. Was machen wir? Also, eine Attacke würden wir überleben. Von beiden. Aber zwei Attacken können schon reichlich knapp werden. Aber gut, wenn ich nochmal, ja, aber das kann halt sein, dass das rechte Pokémon halt wieder Sprungfehler einsetzt, ne? Das könnte sein. Habe ich mal auf Gengar switche? Habe ich mit Gengar mittlerweile eine Giftattacke? Ne, ne? Über den Giga-Sauger immerhin. Wie gut sind die Verteidigungswerte von Gengar? Nicht gut. 52. Aber wir würden zumindest speziell angreifen. haben aber auch keine sehr effektive Attacke. Ja, Tukanon kann ich nicht reinwechseln, weil Elektro. Yoko kann ich nicht reinwechseln, weil Sprungfeder. Ähm, Anneliese auf keinen Fall, weil Feenattacke doppelt sehr effektiv. und die Sprungfeder. Und die Sprungfeder. Ja, bleibt nur Dominik und Dominik wird nichts, gar nichts ausrichten können halt. Also vielleicht gegen die Den, ja. Vielleicht gegen die Den. Ja, ich probiere es einfach mal mit Dominik gerade, dass wir uns Poof die noch ein bisschen aufheben. Weil Dominik ist glaube ich gerade noch so das Pokémon, was wir am ehesten opfern können. Sprungfeder kommt, okay. und das heißt, wir müssen erstmal nur einen Angriff tanken. Und das ist Scham, okay. Das senkt unseren Angriff in zwei Stufen. Uns wäre also nichts passiert, aber wir hätten auch kaum noch Schaden gemacht. In Ordnung. Ähm, ich werde jetzt mal auf einen Giftzahn gehen, oder? Oder gehe ich vielleicht sogar auf einen Abschlag, um Tugodemaro ein eventuelles Item wegzunehmen? Weil kann ja sein, dass es irgendwas trägt. Dergleichen. Oder ich gehe auf einen Giftzahn, um die Den halt mehr oder weniger rausnehmen zu können, aber ich weiß nicht, ob das viel machen wird auf Minus 2. Mein Abschlag wird jedenfalls nichts machen. Ich weiß halt nicht, ob Tugodemaro ein Item trägt. Ich gehe mal auf einen Giftzahn auf die Den. Ich glaube, das ist gerade erstmal das Beste. Tugodemaro kommt runter mit seiner Sprungfeder. Ja, macht 25 Kp Schaden. Super Zahn. Boah, Alter. Come on. Das ist ganz, ganz ungeil. Giftzahn hat, äh, Giftheap oder Giftzahn, was auch immer das war. Giftzahn hat soliden Schaden gemacht, aber wirklich viel nicht, ne? Ja, wenn jetzt zwei Elektroattacken kommen, dann dürfte Dominic down sein. Hm, ich glaube nicht, dass nochmal eine Sprungfeder kommt. Heißt, ich gehe erstmal auf Kyoko raus? Weil das müsste ja die Elektroattacken ziemlich gut wegtenten können. Und dann kann ich eine Laubklinge auf die Den raushauen. Vielleicht ist das schon mal gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das schon mal gar nicht so kacke. Schutzstacheln von Tugodemaro. Okay, nice. Da greifen wir ja eh gerade nicht an. Und Super Zahn von... Alter, es nervt so hart. Okay, sind wir auf der Hälfte down. Aber ich glaube, Tugodemaro wird wieder auf eine Sprungfeder gehen. Und das ist okay. So. Ähm, ja, Laubklinge, Laubklinge gegen die Den. Oder wir gehen auf Blütenwirbel gegen die Den. Könnte auch okay sein. Ich glaube, ich gehe aber, weil Laubklinge und Scham, ne? Da könnte wieder Scham kommen, Angriff halbiert. Aber Laubklinge hat eine erhöhte Volltrefferquote. Ich will erstmal die Den rauskriegen, weil dann dauert es meistens ein bisschen, bis es wieder um Hilfe ruft. Da kommt wieder die Sprungfeder. Okay. Und Scham, ja. Vielleicht wäre Blütenwirbel besser gewesen. Wobei Blütenwirbel, ne, war speziell, ne? Na, komm schon. Vielleicht landen wir eher den Crit. Vielleicht landen wir eher den Crit. Na, leider nicht. Okay. Die nächste Sprungfeder wird wehtun, weil sehr effektiv und so. Das heißt, ich könnte wieder auf Dominik rausgehen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil wenn wieder nur Sprungfeder und dann Superzahn kommt, dann überleben wir das sogar. Und dann könnte ich wieder auf Kyoko rausgehen, theoretisch. Und nochmal eine Laubklinge auf die Den raushauen. Bändemöglichkeit. Okay, ich gehe auf Slime raus. Kann man wahrscheinlich irgendwie auch besser machen, aber wenn man die Moves nicht kennt, ist es immer schwierig einzuschätzen. So, Sprungfeder kommt. Die sollten wir auf jeden Fall packen. Ja, Superzahn. Genau, okay. Das zieht nur die Hälfte ab, von daher alles in Ordnung. Ob ich jetzt Dominik heilen will, weiß ich nicht so genau. Könnte man machen. Weil eben ist das Ding nur auf Schutzstacheln gegangen, ne? Hm, soll ich es heilen? Ich glaube schon, dass wir noch eine Möglichkeit haben, das Ding zu gewinnen. Ohne Verlust. Nach und mal ist halt auch schon ungedamaged, ne? Hm, okay. Weil wenn wir die Den erst mal rauskriegen, sollten wir hoffentlich ein, zwei Züge haben, in denen wir angreifen können. So, ich gehe mal auf einen Hypertrank, um Dominik wieder fit zu machen. Weil Dominik kann das schon aushalten. Und damit ist unser Item für den Kampf, unser Heil-Item verbraucht. Ein Kampf-Item dürfen wir auch noch benutzen. Ich würde aber auch nicht sagen, dass wir mehr als ein Kampf-Item haben. Elektro-Pixer. Wow, das macht viel Damage und Charme. Hm. Aber das ist okay. Weil der nächste Giftzahn sollte eigentlich ausreichen, um den Den rauszunehmen. Und selbst wenn es nicht ausreicht, haben wir die Chance zu vergiften. Also von daher ist das alles okay. Und die beiden sollten mich jetzt nicht rausnehmen können im Duo. Wahrscheinlich nochmal gut down kriegen, aber rausnehmen nicht. Elektro-Pixer kommt wieder, macht wieder gut Schaden, 40 KP in etwa. Und Charme senkt den Angriff nochmal um zwei Stufen. Das heißt, jetzt kann es den Giftzahn sogar überleben. Aber ich hoffe wirklich auf die Vergiftung. Zurückgeschreckt! Alter, diese Herrscherkämpfe, ne? Alter, sie bringen mich zum Ausrasten. Ja, okay. Also Heilung war komplett umsonst. Das können wir jetzt gut erkennen. Werde ich rausgehen auf Kyoko, weil Kyoko tankt den Elektro-Pixer, denke ich, ganz gut. Gut, dann geht Togedemaro wieder auf Sprungfeder und in der Zeit können wir hoffentlich die Den ganz gut rausnehmen. Ja, Elektro-Pixer kommt, resisten wir. Come on! Ja, macht ein bisschen Schaden, 15 KP, Superzahn. Geht daneben, ja, immerhin mal. Immerhin mal. So, Laubklinge hat eben aber gereicht, von daher kann ich jetzt auch save auf die, gehe ich auf die Synthese vielleicht sogar nur? Aber das Ding wird auf Sprungfeder jetzt gehen, deswegen, ja, ne, ich gehe auf Laubklinge gegen die Den. Come on. Come on, ja, Togedemaro geht auf die Sprungfeder, sehr schön, jetzt dürfen wir nur nicht paralysiert sein, ne, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, Superzahn kommt, okay, das ist in Ordnung. 17 KP haben wir noch, Laubklinge kommt durch und damit ist die Den down. Okay, so weit, so gut. Ich glaube, in der Luft kannst du eh kein neues Pokémon rufen, oder? Das heißt, wir sind jetzt zumindest eine Runde, glaube ich, verschont. Anneliese erreicht Level 34 und es kommt kein neues Pokémon erst einmal. So. Jetzt würde ich, glaube ich, das Risiko eingehen wollen und auf Bärchen switchen, weil Bärchen halt einen sehr guten Spezialangriff hat, es wird eine Sprungfeder auf jeden Fall überleben und dann kann ich einen neutralen Spukball reindonnern und das ist halt ein Togedemaro, das keinen Spezialverteidigungsboost intus hat. Ich glaube, das würde ich ganz gerne machen wollen. Wäre natürlich blöd, wenn die Sprungfeder uns jetzt paralysiert, weil das kann Sprungfeder ja auch gerne machen, weil dann kann das halt einfach wieder entkommen oder uns noch einen Angriff reindrücken. Sprungfeder kommt, macht soliden Schaden, Tastfluch, oh, es kann keine Sprungfeder mehr einsetzen. Oh nein, es ruft einen Mitstreiter. Come on. Panzer E- Ja, genau. Panzer E- Na klar. Okay, Panzer E- ist aber auch nicht so unglaublich gefährlich, geht schon. Und ich drücke jetzt einen Spukball gegen Togedemaro. Kann sein, dass Bärchen jetzt stirbt, kann sein, dass der Spukball ausreicht. Ich muss mal ein bisschen Schaden bekommen, weil viel können wir nicht mehr machen. Die Pokémon sind alle hart angeschlagen. Von daher Spukball. Wir outspeeden. Spukball-Step von dem Gengar im jetzigen Stadium. Müsste gut Damage machen. Das hat tatsächlich die Bäre. Ich hätte auf Abschlag gehen sollen. 50 Prozent. Ne, Zitro. Togedemaro geht auf Elektro-Pixar. Das packen wir noch. Panzer E- geht auf Rückenwind. Das heißt, Togedemaro outspeedet jetzt. Elektro-Pixar ist halt schlecht. Sehr, sehr schlecht. Und dass da jetzt auch noch ausgerechnet ein Flug-Pokémon, Panzer E- dasteht. Das ist gar nicht gut. Ja, ja. Gegen Panzer E- wird schwer. Ohne Bärchen. Das heißt, wir müssen wechseln. Wir müssen, denke ich, wechseln. Und ich werde auf Dominik gehen. Hm. 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 Was kann noch Martina? Robert Borschnabel kehrt wieder Nitro-Ladung sogar, okay. ist in Ordnung. Ah, Triggerium-Set, das war dumm, hätte ich wegnehmen sollen. Stattdessen irgendein anderes Item. Ja, Dominik, ähm, ich glaube, ganz ohne Opfer werden wir es hier nicht schaffen. So geht's meistens los, ne? Und dann stirbt ein Pokémon nach dem anderen. Aber die Prüfungen sind echt super hart in Usum. Muss man einfach sagen. Eisenschild hat das Ding auch noch. Okay, das reicht sogar aus. Ja, und leider outspeeden die jetzt halt alles, ne? Stahlflügel von Panzer E- Okay. Ja. Schwierig. Schwierig. Weil die jetzt alles outspeeden dank dem Rückenwind. Panzer E- wird locker eine Flugattacke haben gegen Bufti und Anneliese. Okay. Hm, was können wir da machen? Das ist jetzt die große goldene Frage mal wieder. Oh, holy shit. Bärchen. Bärchens Spukball reicht halt nicht mal, um Tobi de Maru wegzufetzen. Das ist halt das große Problem. Die einzige Prio, die wir haben, ist ein Patronip, das doppelt nicht effektiv auf Togo de Maru ist, das sowieso schon eine Plus-2-Verteidigung hat. Hm. Überlebt Anneliese einen Elektro-Pixer und einen... Ah, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also Gengar zum Finischen wäre halt ganz nett. Wechsle ich Tina rein? Ähm, hm. Rufti. Ja, ich weiß halt nicht, ob das Panzer eine Flugattacke kann. Das ist halt das große Problem. Sonst könnte Rufti halt noch einen Angriff überleben. Aber dann ist auch wieder die Frage, wen greift man an? Weil wenn Togo de Maru Sprungfehler einsetzt, ist halt scheiße. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben immerhin die Eisenfaust, ne? Und die Flinklaue. Potenziell. Ja, komm. Keine Ahnung, ob Anneliese hier die beste Wahl ist. Soll ich jetzt mit dem Feuerschlag auf Dings gehen? Ist die Frage. Oder mit dem Durchbruch. Weil rein theoretisch kann die Flinklaue triggern. Vielleicht triggert sie aber auch nicht. Dann wäre es halt wieder verschwendet. Hm. Feuerschlag oder Durchbruch und dann auf Panzer Eron oder Togo de Maru. Ich glaube tatsächlich, dass Togo de Maru Sprungfehler einsetzen wird. Und ähm wir nicht die Flinklaue getriggert bekommen. Deswegen greife ich Panzer Eron an. Es geht auf Schutzstacheln. Oh stimmt, das kann ja auch noch passieren. Gut, richtige Entscheidung getroffen erst einmal. Panzer Eron geht auf Folterknecht. Das heißt, ich darf nicht zweimal dieselbe Attacke einsetzen. Das ist aber okay, weil wir bekommen eine Runde lang keinen Schaden und der Rückenwind geht langsam zu Neige. Feuerschlag macht die Hälfte. Okay. Und Togo de Maru Sprungfehler. Ach, die war ja blockiert. Stimmt. Wird er denn jetzt auf Dings gehen? Wird er jetzt auf Sprungfehler gehen? Könnte halt sein. Hm. Ich versuche den Durchbruch auf Togo de Maru, weil wir können Panzer Eron eh nicht One-Shotten jetzt. Von daher hoffe ich auf die Flinkklaue. Ne, keine Flinkklaue. Okay, und Sprungfehler leider. Das heißt, ein verschwendeter Zug auf unserer Seite. Tarnsteine. Okay, nicht gut, aber auch nicht unglaublich schlecht. Geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. So, Rückenwind legt sich. Togo de Maru kommt jetzt runter und Togo de Maru ist wichtiger. Aber was, wenn jetzt die Flinkklaue triggert, Alter? Was, wenn jetzt die Flinkklaue triggert? Und wir müssen auf den Feuerschlag gehen, ne? Ey, die wird jetzt nicht triggern, oder? Ich würde schon gerne auf Togo de Maru jetzt gehen, weil Togo de Maru kommt dann in die Range, wo ein Spukball reichen wird. Ja, fuck off, oder? Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, Tarnsteine, Rückenwind, Folterknecht und Eisen, äh, Stahlflügel. Das heißt, es hat keine Flugattacke. Das ist wichtig. Ich gehe auf Togo de Maru, come on. Okay, sie triggert nicht, Sprungfeder wird nicht reichen. Macht gut Schaden, aber reicht nicht. Stahlflügel kommt auch nochmal, packen wir aber auch, wird ebenfalls nicht reichen. Und Feuerschlag auf Togo de Maru. Sehr schön. Reicht der aus vielleicht sogar schon? Nee. Aber Spukball müsste jetzt reichen. Aber Spukball müsste jetzt reichen. So, und jetzt drücke ich auch, ach, ich kann den Feuerschlag nicht nochmal einsetzen, ne? Scheiß Folterknecht. Scheiß fucking Folterknecht, sonst wäre ich jetzt auf Dings gegangen. Aber jetzt ist vielleicht ein ganz guter Moment, um rüber zu switchen auf Bufti, oder? Wobei Bufti vielleicht auf Tina, weil Togo de Maru setzt locker wieder Sprungfeder ein, oder nicht? Aber was soll Tina machen? Mit einer Nitro-Ladung finishen wird nicht drin sein. Höchstens auf die Schnabelkanone gehen, weil Togo de Maru sich dann burnt. Tina, wie gut sind deine physischen Werte? Sag mir bitte sehr gut. 54, äh. Wenn jetzt Elektro-Pisa kommt, dann ist das natürlich scheiße, aber ich rechne mit Sprungfeder. Come on, come on. Wir ziehen Anneliese zurück. Wir versuchen möglichst viele Pokémon zu retten. Tina ist drin. Ach, Tarnsteine. Schutzstacheln von Togo de Maru. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, jetzt müssen wir irgendwas opfern. Irgendwas muss jetzt sterben. Bärchen. Bärchen ist zum Togo de Maru Finishing noch zu wichtig natürlich. Anneliese und Buff, die können noch gut Arbeit verrichten. Kyoko ist relativ useless in dem Kampf, genau wie Tina. Also entscheidet sich, glaube ich, zwischen den beiden. zwischen den beiden entscheidet es sich. Tina oder Kyoko. Ich glaube, ja, es kommt hundertprozentig in Elektro-Pixar. Hundertprozentig. Weil alles andere wäre merkwürdig. Ja, leider schon. Und der wird reichen. Natürlich. Kyoko kann den, dank den Tarnstein auch nicht mehr abwehren. Könnte danach eh nichts mehr machen. Von daher muss Tina jetzt sterben. Okay. ich gehe auf die Nitro-Ladung auf Panzer-Eron, denke ich. Elektro-Pixar, ja. Leute, 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 Leute. Na. Das ist so übel, ne? Das ist so freaking übel. Okay. Ich möchte die Sprungfeder triggern, links, äh, rechts. Und ich hoffe, dass der Feuerschlag eigentlich ausreicht, um Panzer-Eron rauszunehmen. Ich habe leider keinen Eisenfaust-Boost, aber dafür ein bisschen mehr Angriff. Come on. Das geht auf Elektro-Pixar. Fick dich doch. Okay, Panzer-Eron ist down. Panzer-Eron ist down. Okay. Bärchen erreicht Level 35, das ist schön. So, wie viele Runden ist das? Der Rückenwind noch aktiv. Zwei, glaube ich, ne? Äh, warte mal, wo kann ich das denn sehen? Sehe ich das bei euch beiden? Zwei von vier, ja. Okay. Ja, äh, hm. Ich werde jetzt auf Kyoko gehen. Weil Machu mal zu Opfern wäre dumm. Das kann uns noch sehr viel bringen. Von daher Switch. Switch. Vielleicht überlegt Kyoko ja einen Elektro-Pixar oder so, oder es geht nur auf Schutzstaffeln oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, okay. Das Schutt, äh, das Tarnstellen sind ja auch noch da. Da ist das Ding down und eine Runde ist jetzt leider noch aktiv. Das heißt, ich muss auf Anneliese gehen. Weil Gengar ist das einzige Pokémon, was hier safe finishen kann. Ähm, ja, und dann try ich den Feuerschlag mit viel Glück. Triggert die Flinklaue halt, ne? Mit viel Pech halt nicht. Von daher, ähm, oder wollen wir unser plus eins, plus eins, plus eins Item benutzen? Aber damit outspeeden wir Togedemaro immer noch nicht, ne? Wie viel Endes haben wir mit, äh, Anneliese? Ich glaube nicht viel. 46. Auf plus eins wären wir immerhin auf über 70. Ist das viel? Ist das Gengar-like? 89. Also wir würden 23 dazu bekommen, wären also auf 69. Gengar ist schon nochmal 20 Punkte schneller. Keine Ahnung, kann man nicht bleiben drinne und gehe auf den Feuerschlag und hoffe auf die Flinklaue. Schottstacheln. Okay, wird erstmal gut Damage geben. Rückenwind ist jetzt aber weg. Äh, ich gehe nochmal auf den Feuerschlag. Weil Flinklaue kann immer noch triggern, weil jetzt bringt es nichts mehr auf irgendeinen Boost zu gehen. High-Items dürfen wir nicht mehr benutzen. Feuerschlag. Komm schon, Flinklaue. Einmal. Ja! Oh mein Gott! Trotzdem drei Verluste, ne? Drei Verluste. Diese Prüfungen sind so freaking heavy, Alter. Boah, Anneliese, du hast es gerissen. Mann, 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 Wenn du nur physische Angreifer hast und das dann Verteidigungsboost bekommt. Alter. Danke, Flo. Holy Shit. Togetemaro und Diakob, sie wurden vom Herster-Pokémon gerettet. Dieses Herster-Pokémon ist der Wahnsinn und du hast es besiegt, Flo. Das heißt, du bist ein wahnsinnig guter Trainer. Ich frage mich, was es mit dieser Aura auf sich hat, von der Herster-Pokémon umgeben sind. Am Herstomat besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Togemaru und Diakob sind schließlich meine Freunde. Das fulde ich ihnen. Du hast recht, Chris. Wenn man irgendwo etwas entdeckt, was man verbessern kann, sollte man es auch tun. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Pokémon-Kämpfe. Hier, Flo. Für deinen Sieg über das Herster-Pokémon bekommst du von mir den Wettkristall Voltium-Wett. Junge, Junge, Junge. Prüfung bestanden! Hey, Chris. Du musst ihm noch die Z-Pose beibringen. Schau genau hin. Ich gratuliere zur bestandenen Prüfung und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rast immer noch wie verrückt. Du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen war eine gute Wahl, Chris. Normalerweise werden die Captains ja vom Inselkönig ernannt, aber hier auf Ula Ula laufen die Dinge nur mal ein wenig anders. Genau, ich wurde von Marlon zum Captain ernannt, nicht vom Inselkönig. Aber du hast das wirklich drauf, Flo. Vielleicht wäre es dann eine gute Idee, ihm die Kampfagentur zu zeigen. Ah, eine hervorragende Idee, Marlon. Flo, komm, wir besuchen den Festival Plaza, die Kampfagentur dort ist einzigartig. Vielen Spaß euch beiden. Alter, bitte, lass mir doch kurz Pause, bitte. Uuuh. Vor dir siehst du die Rezeption meiner neuesten Errungenschaft, der Kampfagentur. Aber eins nach dem anderen. Zuerst musst du dir hier ein Pokémon ausleihen. Dabei hast du die Wahl zwischen drei verschiedenen Pokémon. Wenn du dich entschieden hast, musst du nur noch zwei andere Trainer in dein Team einladen. Natürlich solltest du jemanden finden, der starke Pokémon aufweist. Dann könnt ihr Seite an Seite kämpfen, um wertvolle Preise einzuheimsen. Je öfter du gewinnst, desto weiter steigst du im Rang auf. Und je höher dein Rang, desto stärker die Pokémon, mit denen du kämpfen kannst. Also kämpfe, was das Zeug hält und versuche, so weit wie möglich im Rang aufzusteigen. Damit wäre meine kleine Einführung auch so beendet. Probier es doch hältst das Item Maske des Profs. Koko, ihr wollte zum Malia Ziergarten zurück. Entschuldigung für die Umstände, aber könntest du die Maske bitte bei ihm abliefern? Bei unserer nächsten Begegnung müssen wir unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Ja, unbedingt. Alter. Diese Prüfung zerfetzen unsere Teams. Wir brauchen mehr Encounter und zwar mehr gute Encounter. Heieieieieiei. Ja, wir gucken jetzt noch mal ganz kurz auf den PC. übelang, ich weiß, aber die Prüfung war auch echt, also das Vorredings war schon sehr gezogen und dann der Kampf ging auch nicht gerade kurz, würde ich mal behaupten und hat uns einiges abverlangt, aber ja, ich denke drei Verluste, man hätte es bestimmt besser hinbekommen können, aber ich glaube, es wäre auch noch schlechter gegangen. So, wer ist jetzt alles drauf gegangen? Fast alle, aber Tina, ich denke absolut verkraftbar. Kyoko, sehr schade, weil ich das gerne benutzt hätte, mal ein bisschen, aber verkraftbar und Dominik, denke ich, auch vorerst verkraftbar. Also die wichtigsten Pokémon, also die coolsten, die stärksten, haben wir erstmal noch übrig behalten, wobei ich natürlich auch auf Tina sehr gut Bock gehabt hätte, aber okay. so, was ist jetzt unsere Alternative? Lelian und Ariadus. Ja, nice. Pupita hat sich übrigens entwickelt, ist jetzt unser Molly und mit Evolid dürfte das solide Verteidigungswerte haben. Ich denke, das könnten wir erstmal mit ins Team nehmen. Was wir ebenfalls mit ins Team nehmen könnten, wäre Acteco, weil wir haben jetzt aktuell kein Flug-Pokémon mehr. Es hat zwar absolut brachial schlechte Verteidigungswerte, aber die Initiative und der Spezialangriff sind eigentlich ganz okay und es kann Horta, womit es sich aufsetzen kann. Wäre also auch eine Möglichkeit meines Erachtens. Ja, und dann, wir hätten vielleicht sogar echt Dave dafür trainieren sollen eigentlich, für diese Challenge hier. Dave wäre ziemlich gut gewesen gegen Togedemaru, sehr, sehr gut gewesen. Dammit, Alter, mit Pampos wäre die Prüfung gar kein Problem geworden und eigentlich mit Dave auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe Dave hier unten vergessen irgendwie, mit zu trainieren. Alle anderen, ja okay, Lady-An wollte ich jetzt auch nicht trainieren. Funky ist auch schon lange nicht mehr trainiert worden, aber ja. Ja, ein Pokémon brauchen wir noch. Ein Pokémon brauchen wir noch. Hm, ich würde halt Trixa nehmen, weil Trixa hat, glaube ich, Alter, was ist mit Trixas Angriff? Okay, der wurde gesenkt, ja, aber die ist ja nicht vorhanden. Okay, aber übereifer, 50% Bonus drauf, ne, dafür können die Attacken daneben gehen. Alter, das, wow, der Angriff ist echt mies. Okay, 47er Angriff, da hat Gengar mehr und Molly auch, deutlich mehr. Holy, selbst trifft Zeppeli, Alter, what the fuck? Ähm, ja, mit dem sechsten Pokémon sieht es jetzt nicht so krass aus, muss man sagen. Nehmen wir Trixa erstmal mit, weil, keine Ahnung, das war jetzt gerade unsere Schwäche Flug so ein bisschen, ne? Flug können wir jetzt zumindest einigermaßen resisten mit Pupita. Naja, ich denke erstmal nehmen wir Trixa mit. Ich könnte halt die Herrscher-Pokémon uns mit ins Team holen, heißt Knogger und Aranestro wahrscheinlich. Aranestro wäre vermutlich auch nicht so schlecht, hätte aber auch wieder eine Flugschwäche. Ja, ähm, schauen wir mal. Wir machen jetzt glaube ich erstmal mit dem Team weiter, so wie es ist und hoffentlich kommen da jetzt nicht die übelsten Prüfungen des Todes. Äh, direkt wieder auf und zu, kann natürlich sehr gut passieren, aber we will see. Ähm, ich denke Pupita ist erstmal mit Verteidigungswerten von ungefähr 80 und 100 ziemlich gut dabei, ziemlich gut am Start. Expedermis außerdem noch heißt gegen Statusveränderung kann sich dann auch wieder hochheilen. Ich würde sagen, hier geben wir halt den Normium-Z-Kristall, weil damit haben wir dann eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, ähm, taktisch zumindest, äh, voranzugehen, denn wir können dann Z-Horter spielen. Bedeutet, wir können uns mit Horter aufsetzen und mit Z-Horter noch heilen. Ähm, ist also ganz gut, glaube ich. Das heißt hier, Pyrium-Set nehmen wir erstmal wieder weg. Was geben wir dir? Was hattest du? Ähm, irgendwas hier von die Überreste aktuell, ja. Finde ich, glaube ich, ganz sinnig. Und, ähm, ja, was geben wir dir denn? Was geben wir dir denn? Du hast halt super wenig Angriff, ne? Das ist echt nicht geil. Mh, die Verteidigungswerte sind aber ganz okay. Ja, Blend-Puder, hm, ich weiß nicht. Vielleicht die Scope-Linse? Vielleicht wäre das etwas. Ich glaube, Hyperzahn hat sogar erhöhte Volltrefferquote oder so. Ähm, schauen wir uns doch mal deine Attacken genau an. Gleich. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal unser neues Team. Mal gucken, was das so reißen kann. Ähm, so. Hyperzahn, Seed schreckt eventuell zurück. Okay, kann zurückschrecken. Verfolgung, Knirscher und Tiefschlag. Ja, Tiefschlag als Prio-Move ist auch nicht verkehrt, glaube ich, dann noch einen weiteren mit dabei zu haben. Auch wenn wir keinen allzu hohen Angriff haben, weil der leider gesenkt wird und so. Aber wir haben auch noch keine EVs oder so drin. Also das heißt, auf Dauer wird das Ding schon noch ein bisschen stärker werden, würde ich meinen. Na gut, Leute, das soll es dann gewesen sein für heute erst einmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir uns auf den Weg wieder zum Malia-Ziergarten, wo Professor Kukui seine Maske dann in Empfang nehmen kann. Ähm, schauen wir einfach mal, was das dann werden wird. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss.